Smash, wo ist der Schalter? Damit endlich deine Buchstaben wieder da sind. Ich lebe dir ein Lolli, das hilft. Smash, fang an zu lutschen. Ja, Lolli, aber was denkst du denn jetzt schon wieder? Ja, ein Eis vielleicht. Hallo? Ich bin erst 13, okay? Alex, ich zeig dir mal einen Trick. Ja, okay, doch nicht. Hat nicht geklappt, schade. Ich fang dir runter. Ja, der Gegner vor mir hat ihn. Der Töt hat auch eh nicht geschafft. Meine Güte. Aber ich weiß, wo er herkam. Das lustige, ich bin Rage gequittet, weil ich dauerhaft eine Vollkarte bin rausgegangen und umsichtlich. Das stirbt doch, Jürgen. Oh, Jürgen. Ey, wie man das immer auch weiß. Oh, ich guck mal einfach nicht. Ja, das... Braus dich nicht anpassen, Jürgen. Da kommt dann gleich ein Team hin. Oh, bin ich da schön gespürt. Was ist mit Jesus? Jesus. Jesus. Was, Jesus? Wo ist der? Jesus, guck dir den an, ey. Okay, jetzt nicht mehr. Ist wieder normal. Ähm, Leute. Ich sollte Spieletester werden. Ich kann grad nur hüpfen. Ja, genau. Wahrscheinlich ist das Game backfrei. Was ist das schon wieder? Leute, kann mich mal jemand umbringen? Ach, Granaten werfen kann ich auch? Okay. Bedäubung gemacht. Ja. Welches Cold War spielst du leicht? Äh, welches Cold War? Ich glaub das ganz Neue. Ich hab sowas gefragt. Der King hat das gerade gefragt. Welches Cold War ich spiele? Es gibt nur einen Cold War King. Die Laura kann nicht sehen, die Laura stirbt gerade. Das war echt zu gut. Äh, for real jetzt. Ich weiß nicht. Äh, sorry. Gerade bin ich schuld. Digga, was ist das, Junge? Was ist das? Heute läuft irgendwie nichts. Ja, guck dir das doch mal an. Ich kann nur zielen. Oh mein Gott, ich hab einen Fall gebaut. Ach, halt. Du! Du Arsch! Du Arsch! Du Arsch! Gib mir mein Sch... Bleib bei den Hintern! Nein! Nein, Manu! Ich bin weiter. Oh mein Gott, Manu, Alter. Wolltest du mich schon wieder rausschmeißen? Oh, Junge. Der ist hier im Haus drin. K.O. K.O. Laura, kannst mich holen? Schnell! Okay. Stell halten! Den Smash wieder! Was? 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 Der war oben auf dem Silo! Der hat jetzt einfach mit dem Raketenwerfer nach unten geschossen. Nein! Das hat der nicht getan, ey! Und hat uns alle gekillt. Guckt euch das Gameplay jetzt an! Es ist doch nicht dein Ernst! Ja, halt! Dreh dich um! Dreh dich um! Und nimm den pinken da! Genau! G- 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 Ah, ich versuche Gas zu geben. Okay, uns trennen auf 50 Meter. Komm schon. Ein paar Sekunden später. Nein. Er hat den Viereckknopf nicht genommen. Okay, er hat zugesignulierende Stab. Ja, Blu, ne? Weißt du, ich habe lieber so ein Spiel wie Zehenspitzen als Abschweifen. Oh. Hier unten ist jemand. Wo? Hallo? Janis, willst du mich jetzt verraschen? Ich bin so... Wer ist unter uns? Nein, oder? Scheiße. Ich habe lieber so ein Spiel wie Zehenspitzen. Ja, jawohl. Danke, Fallgeist. Ich bin so masculin, jetzt treffe ich es 해야ez und control mich. Das ist extrem four-führende Stab Crystal. Bis zum nächsten Mal.